Das gleiche gilt dann übrigens auch für Sozialpolitiken, aber die kommen dann wirklich erst in der nächsten, wenn nicht sogar erst übernächste Runde, ja es geht noch fast 30, die nächste ist angesagt auf jeden Fall und ich sehe da hat es gerade nochmal Salz gegeben, nice, also packen wir uns einmal das und haben die Tierzucht entdeckt, das ist auch gut, dann schauen wir da noch schnell in See raus und gehen dann gerade in die nächste Runde. Ich habe zwar jetzt noch nicht geschaut, wo ist eigentlich mein Mann, ah ja übrigens, da kann man die Stadtnamen ändern und wie ich auch gesagt habe, das ist meine Stadt, ich nenne sie auch nach meiner Stadt, also heisst sie meine Medina, alles zusammen, meine Medina, genau, das finde ich klingt nach mir, lass dich vom Namen nicht beirren, der hat durchaus Sinn und Inhalt, darum machen wir jetzt da das so, ich sage was geht, du führst da aus, liebe Bürger, und machst da, wo ich will, zurück, eben siehst, du benötigst sowieso Befehle von mir, also gehe da rüber, Richtung Osten nennt man das, und dann wollen wir aber da schauen, ja, die Insel fertig ist, da, das ist wunderbar, weil zu gross soll sie ja nicht sein, Jetzt kommen aber da schon die ersten Barbaren, leckst du Mio, Hanoi, Hoi, Räucherwerk, das klingt gut, habe ich gerne, höre ich gerne, ähm, mit dir könnte man handeln, wenn du nicht so militaristisch bist, da schauen wir dann, wie unsere Zukunft zusammen wird erblühen, und, äh, da sollte ich mich vielleicht wehren, hmmm, ja, zuerst gehen wir mal aber einfach in die nächste Runde, shit, ich habe vergessen, das hier anzuschauen, ah, er geht da draussen, das ist mal gut zu wissen, jetzt gehst du da rein, und dann sehen wir, da ist Wüste und noch mehr Räucherwerk, ja, da hat es mir mega Öl gegeben, und, super, kommt gelegen, wir sind gewachsen, tun da natürlich, schauen, dass du das am richtigen Ort machst, gut, ähm, Schrein, ich bin noch nicht sicher, ob ich da den Fährtenleser brauche, oder vielleicht eher ein Krieger, äh, wir nehmen den mal rein, äh, weil, so wie das da kommt, sieht das nicht gut aus, denn eben, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, die nächste Runde, drei Runden, dann noch bis ich, ja, die Stonehenge kann er machen, sehr gut, sehr gut, wir gehen, ah, haben eine Einheit, hat eine Beförderung bekommen, ah, ja, das ist noch cool, bei Foxpuppli, äh, wenn ich mich da bewegen, könnt ihr, je nachdem, auch Erfahrungspunkte über, Double Moment, Jungle Forest, gut, nehmen wir, gehen aber jetzt zuerst da in die Wüste, und nimmt, okay, 25, haben wir mit, wunderbar, kann ich denn da gerade, und den Krieger jetzt auch gerade, wenn das so ist, wir werden es gesehen in der nächsten Runde, ich glaube nicht, ah, doch, das, sehr gut, sehr gut, ja, wunderbar, das ist ja ein Start nach Maas, fast die zweite Stadt, kann ich schon da nehmen, äh, weil Wüste brauche ich auch, wobei, da, wer eigentlich, ja, wir schauen dann in der nächsten Runde, weil jetzt gibt es zuerst noch einen Krieger, und den brauchen wir, glaubt man, den brauchen wir, oh, da kommt auch noch einer, ja, der will mich angreifen, aber wir nehmen zuerst noch das, und zwölf Kulturnob Geschenke bekommen, danke, danke, kann ich den angreifen, ja, aber da muss ich über den Flossi warten, ich habe eigentlich nichts zu verlieren, aber ich brauche jetzt keinen Fährtenleser, im Fall, sondern eher nochmal einen Bautrupp, wäre natürlich cool, äh, das Monument, habe ich das noch nicht gebaut, nein, das bringt immer Kultur, trennende Götter, geben wir Augen, äh, glauben, aber vielleicht auch Augen, haha, ja, das Donnage bauen wir natürlich, also, los, äh, Bautrupp, äh, vielleicht brauche ich eben gleich noch einen Fährtenleser, einfach so, als, wie stark bist du eigentlich, äh, Penalty vs. Barbarian, minus 30, das ist wahnsinnig schlecht, die brauche ich nicht, ähm, ich brauche dann als nächstes ein Bogenschützen, oder so, wir wählen die nächste Forschung, apropos Bogenschützen, du doch schnell Fallenstellen, oh, wobei, halt, Moment, muss man echt mischt, was da drauf will, ähm, ich hätte natürlich auch gerade richtig Reitereien können, und zugleich will ich dann den Bazar bauen, äh, nein, wir müssen zuerst Grundbedürfnisse decken, Tierzucht haben wir ja schon, ah, dann könnte ich ja gerade auf Bogenschüssen gehen, ah, nein, komm, wir brauchen zuerst den Bogenschützen, das ist okay, Stein, ja, das wäre natürlich auch gut, äh, wer braucht jetzt Befehl, eben, du brauchst keine, nächste Runde, dann schauen wir, ob du mich angreifst, tatsächlich, 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 dann gehen wir, äh, 1, 2, 1, 2, ich muss da hinflüchten, so, wenn es sage, du bist weg, dann gehen wir, wagen wir es, mal schnell da hoch, zum schauen, wo du hin bist, okay, vielleicht kommst du über den Fluss und bist so blöd, wir schauen, liebe KI, was du jetzt machst, okay, ich habe nichts gesagt, also, wohl, eigentlich schon, ähm, wir gehen da vorsichtig unten durch, und, ja, schlägt dem jetzt mal eins auf den Grind, kommt schon gut, und haben einen Burger überkommst, sehr gut, sehr gut, das könnte ich auch, verbringt mir aber alles momentan nichts, äh, ich glaube, ich brauche nochmal einen Krieger, aber, äh, kommt schon gut, nächste Runde, komm, den Krieger machen wir später, äh, weil, jetzt mache ich dich fertig, dann greifst du mich da zwar, ah, ah, Wow, 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 du heilst, du heilst lieber, du machst auf Offenungsgelände Power, greife ich dich an, dann überlebe ich hier nämlich, auuuh, auuuh, vielleicht auch nicht, nächste Runde, vielleicht gehe ich jetzt doch gleich noch auf den Kri, nein, warte die drei Runden noch, und gehe dann lieber auf den Bogenschütz, oh, knapp, 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 aber es hat gelengt, ähm, es hat aber nicht wirklich etwas gebracht, das werde ich nicht überleben, schöner Mist, schöner Mist, schöner Mist, ooooh, ich kann mich nur einen angreifen, aber das ist dafür eine Stärke, wieso komme ich nicht da hin, ah, nein, fuck, ich brauche nochmal einen Krieger, es geht nicht anders, äh, baut rup, baut rup, ah, ich baue ja schon den Krieger, nein, da ist er, hallo, ma, krass, also, nächste Runde, ich kann ja nicht ziehen, man, dass jetzt du da schon drauf gehst, yes, bist du nicht drauf, äh, greifen wir dich an, äh, nein, greifen wir nicht, aber wir kommen eins runter, weil anders geht's ja nicht, und da bin ich ein wenig mehr safe als sonst nehmen, äh, vielleicht brauche ich dich aber jetzt gleich noch, komm, nächste Runde, äh, du wirst es überleben, sehr gut, weil aus irgendeinem Grund kommen die Barbaren nicht in die Stadt, dann gehen wir nämlich gerade dort jetzt heilen, das ist gut zu wissen, äh, eins, ja, komm wir gleich mal hier hin, äh, wir können jetzt einfach etwas Neues forschen, ähm, ja, gehen wir richtig Brosenverarbeitung, nein, doch, nein, halt, wir wollen handeln, so schnell wie möglich, wobei muss man zuerst verteidigen, aber nein, wir wollen schon, wir wollen handeln, und dann da zwischen Hanoi und Medina gerade mal eine Strasse errichten, ha, 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 wir spielen nicht ziv 6, ich weiss, darum gehen wir einfach in die nächste Runde, ja,